Der Hugo will mit mir erst mal was reden, aber mal privat. Aber gleichzeitig wollte er jetzt auch nicht zu knüssen ankommen, weil er schon was zwischen den Zähnen hatte. Es war alles ein bisschen komisch. Ja, aber dann muss er vielleicht auch mal öfter anrufen, doch Junge. Respekt fürs Ausspielen, mega cool. Warte, warte, das war doch bei, da als wir die Wohnung bis Flick da ausgeräumt haben, doch genauso. Ja, das stimmt. Du funzt aber nicht bei Gamble, was meinst du? Was meinst du, was funktioniert nicht bei Gamble? Beim Preien? Na gut, da kiff ich jetzt in während mir fahren, aber da fährst du schön langsam, ja. Achso nicht, ich kann ja jetzt gehen kiffen, wenn ich sag zum Helmut, wir kommen noch mal wieder und kiffen ihn. Oder ich hole mir dann schnell eben von zu Hause, das merkt er doch nicht. Dann hast du aber schon zwei Intus. Ja, hier bin ich. Wie gut, dass dein Fenster offen ist. Ja. Sonst riecht das hier noch. Das riecht gut, das riecht immer ein bisschen süßlich, Junge. Ja. Hoffen wir jetzt mal, dass wir nicht angehalten werden. Warum? Du kiffst ja nicht. Weil ist man als Fahrer nicht dafür zuständig? Wenn ich mir in deinem Auto ein Joint anstecke, da kannst du doch nicht dafür. Ja, aber ich könnte ihn ja auch geraucht haben und ihn den dann schnell gegeben haben. Das ist möglich, aber dann machen sie eine Untersuchung mit dir. Nee, der, der Brian hat, ähm, keine Joint abgenommen. Das war Carson und Moskera. Kann man mit dem gebrochenen Kiefer dann überhaupt noch Auto fahren? Ich hab keine Ahnung. Er ist lange auf jeden Fall ein bisschen lustig. Sollte ich mich jetzt einstempeln? Nee, eher nicht noch. Nee, mir geben dem bloß schnell die Klamotten und gut jetzt. Aber wenn selbst jemand, der das verkauft, sagt, dass es schwer ist, da ranzukommen, dann kann ich ja froh sein, dass ich einen Vorrat habe. Ja, ich hab vorhin die Johnson gesehen. Ja. Schön nebeneinander. Ja, es sind aber nicht mehr so viele. Ich hatte mal zehn mehr. Ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Einfach Puff. Puff, ja. Haben sich in Rauch aufgelöst. Ja, im wahrsten Sinne. Ja, ja. Ach, ne. Ach, da ist er schon. Wo wird's auch da? Ach, ist er verrückt. Und ich am Kiffen. Das ist ja typisch. Eine ganze Gruppe. Tja. Ich ruch den dann trotzdem erstmal noch auf. Die Zeit müssen sie jetzt haben. Jetzt hat die Jessica's nicht dabei. Die verhaftet mich gleich. Da war ne Dame dabei. Guck erst mal ums Eck, ob sie Polizistin ist. Und? Äh, also die kennen, die ich erkenne. Ist eine von euch bei der Polizei? Hallo. Hallo. Ne, ich glaub, die sind alle Taxifahrer. Ne, das ist ja zauberhaft. Moin. Hallo. Hi. Moin Max. Ich muss nur noch schnell elf rauchen, ja. Ich umarme dich mal so. Ja, hallo, mein Junge. Pass auf, dass ich nicht verbrenne. Oh, du Gott. Schlieg, sieht ja schlimm aus, ey. Ja, das scheiß Gestell am Mund, das stört mich am meisten. Ach, ne. Aber wisch mal kurz über den Mund, du sauberst ein bisschen. Wie viel hast du denn gesoffen, dass ja das passiert ist? Röcht dir jetzt nur oder so ein bisschen. Ähm, danke schön, äh, das ist nett von dir. Ähm, keine Ahnung, 7, 8, 4 oder so. Ach, das ist ja gar nicht viel. Naja, das war jetzt am Ende des Abends, ne? Ich wollte grad fragen den ganzen Tag, das ist doch normal bei dir. Ach, ne. Ich hab das grad schon erzählt, das Pfandlei-Haus ist gestern überfallen worden. Drei Bewaffnete reingestürmt. Und das hat mich dann doch ein bisschen mitgenommen. Ach, warst du grad im Dienst? Ja, ja, mit zwei Kollegen noch. Ja, drei Kollegen noch. Wie, die sind bewaffnet reingestürmt, um die Kohle zu arbeiten, oder was? Ja, haben rumgestürmt, die knallen uns ab, wenn wir nicht helfen und so. Und, äh, aber voll geil, die sind da mit sechs Hosen rausmarschiert, weil wir denen den Tresor nicht aufgemacht haben. Woher? Wurden die noch erwischt, oder hat die Polizei irgendwie einen Dienst? Ne, die waren so vermummt, keine Chance. Ähm, das Problem ist aber, beim rausgehen sagten die dann noch mit Tschüss bis zum nächsten Mal. Und das hat dann abends bei mir irgendwie noch geklickt. Ja. Hm. Na ja, also jetzt ist gut, aber das sieht scheiße aus jetzt. Ich hoffe, ich kriege den Graben morgen ab. Ah. Na ja, aber zum Bruch dauert ja, ne? Ja, aber es muss nur so an-, es ist so sauber, es muss nur so anwachsen, dass sie das Gestell wieder abnehmen können. Scheiße. Aber jetzt wirkst du hilflos, vielleicht steht der Grauen drauf. Das hat vorher auch nicht geklappt. Ach so. Hey, hm. Warst du vorher denn hilflos? Ja. Ach. Ich hab irgendwie andere Sau gerade. Äh. Ja, Ilse, sorry, dass ich dich jetzt nochmal hergeholt hab. Alles gut, ich bin gekifft, ich bin entspannt. Dann ist sehr gut. Ich ähm, brauch den Anzug nämlich morgen für so festliches Mitarbeiteressen mit den Kollegen. Ja. Ich hol dir den gleich mal, Morten. Das wär cool. Die langsam erinnert nicht on Minneapolis was. Man muss da sein. Kanka. Nichts, es wird gewartet ein tolles können. Aufwandeln nein, was me planten an, auzigern hierinnen. Ich muss noch bezahlen, ich habe keine Rucksäcke. Ja, also abgenommen haben uns Carsten und Mascara Jones damals und ich weiß gar nicht, wer war denn da noch dabei? Ich muss hier die Taschen herunnen, der Chef hat den Rucksack noch nicht wieder reingetan. So. Karl John Miller, Standard 32 Dollar muss noch bezahlen. Okay, einmal abschließen bitte. So. Darf man jetzt noch nicht vergessen, dass das Zeug wieder aus dem Spind holen. So, kann ich da den Kladderadatsch gleich so in der Arme drücken oder? Äh, ja, warte mal. Kannst du kurz mit zum Auto? Ja. Ja, ja. Ach so, ich muss mal ausschließen, ne? Ja mal, das ist wieder zickig. So, gut, ich pack's dir einfach hinein, ja. Hast du das noch? Äh, nein, nicht ganz. Ah, warte kurz, den kann ich noch nehmen hier. Jetzt müsste dir ein Mädel suchen, das dich Gesinn pflegt. So. Ich rufe die Hände nochmal an. Ja, mach das mal. Sag's auch, ich bin zu hilflos und es tut zu weh. Mimimi. Danke dir. Ja, na klar. Alles klar. Ist alles drin. Danke. Mach mal. Ich hab vergessen, was ich nur wollte. Was ist? Oh, ich beide kenne ich. Uns beide? Jahu. Wir gehen auch nicht, wir sind Unkraut. Ja, die sowieso. Hm. Nicht wahr? Was? Nicht wahr? Kraut ist auch Unkraut. Wer hat Sauerkraut? Du bist die Frau mit Kraut, du bist Unkraut. Ne, ich hatte gerade Rotkraut. Unkraut vergeht nicht. Kraut ist super. Ja, heute gerade mit Sauerbraten ist besser. Ja. Tja, ja. Musst du Thymian drauflegen, ist geil. Ich will ja den Braten essen und nicht irgendwelches Grün seh ich. Du rauchst Grünzeug und du... Ja, den rauchen du ich das, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich's fressen will. Hat der dann nicht denselben Effekt? Richtig. Und das gerauchte Gesicht und du... Meinst du? Ja, natürlich sind Kräuter drinnen. Muss gesund sein. Ist biologisch. Ja, ist wie so ein Schnappis, ne? Richtig. Außerdem war ich heute bei der Vorsorgeuntersuchung und da ist alles gut. Also kann ich auch nur gesund sein. Ja. Ja. Habe ich gerade schon von Max gehört, er hat das mir erzählt. War gut? Ja. Das ist alles debbi debbi in Ordnung. Wurdest du gestochen? Ja, in den Finger. Oha. In welchen? Was passiert? In... Den linken Zeigefinger. Aha. Guck. Man sieht ja gar nichts. Na, was hast denn du gedacht? Die haben wir den ja nicht öff geschlitzt. Die haben ja bloß Zucker gemessen, Junge. Oha. Apropos, ich habe noch den Restfohn eingepackt. Von was denn? Vom Essen, oder was? Ja. Danke, danke. Bitteschön. Warum hab... Du, wir verlassen uns doch auch wieder. Warum hast du denn gebraucht, ob wir mit Spick dabei waren? Das war der Restfohn vom Essen, das habe ich nicht mehr geschafft. Ich werde heute so gut versorgt. Ich habe jetzt Sushi dabei und alles. Das ist auch eine interessante Mischung auf jeden Fall. Ja, und ich dachte, ich muss mir heute noch was zu essen kaufen. Na siehste. Dann hast du ja auch damit erledigt. Dankeschön. Ja klar. So, wir sind dann mal wieder weg. Alles klar. Wir sehen uns, ich würde mich freuen. Mengi würde mich auch freuen. Wir wollten Slick nur mal sehen. Ja, ich bin die Attraktion, ich versteh schon. Der bräuchte sanfte Hände, die sich um ihn kümmern. Ja. Das wird wahrscheinlich wieder mehr jetzt. Okay, das ist schön. Ja, weiß ich nicht, ob ich mal wieder frei machen kann. Du bist immer beschäftigt, ne? Ich arbeite ständig. Das heißt aber auch, ordentlich Kohle kommt rein. Ja, schon. Ja, aber kann ich nichts mit anfangen mit der Kohle. Schön investieren in größere Autos. Ja, das sowieso. Mein nächstes Auto wird so eins. Oh, schick. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Super geil das Ding. Mhm. Slick? Ja? Da du jetzt die Attraktion bist, was hältst du davon, wenn wir zu Pierre fahren und für jeden, der dich angucken will, 5$ nehmen? Sag mal. Und zum Anfassen Zähne. Tschau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das machen wir. Wer anfassen will Zähne, Gurken kostet 5$ und wer Sapper ablöschen will, braun muss 15$ bezahlen. Das ist eine gute Idee. Was hältst du davon? Leute, am Pierre hat das gestern angefangen. Also, mit dem deutschen Bier hat alles angefangen. Das ist aber gutes Bier. Mit was für einem Bier? Das deutsche Pilz. Das deutsche. 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 Sehr gut. Sehr gut. Aber sag mal nicht so viel, wenn du das so ausspuckst in die Sprache. Ach, ich habe schon ein bisschen Mitleid, muss ich sagen. Weißt du, was die mir mitgegeben haben? Na, jetzt kommt's. Ivo 400. Ja, das ist ja Hustenbonbon. Ja. Meine Mutter hat Ivo 800 gefressen wie Bonbons. Die geben mir Ivo 400 gegen Kieferbruch. Ich glaube... Tja. Da hilft Ijo auf jeden Fall besser. Die haben mir drei gegeben. Die sind schon weg. Was alle auf einmal genommen? Ne. Bist du dort etwa die Treppen runtergeflogen? Ich bin da auf so eine Attraktion raufgeklettert. Das war echt glücklich, dass ich dann nur das jetzt habe. Ach so. Ich kenne noch jemanden, der ist auch mal auf eine Attraktion raufgeklettert. Nicht wahr, Max? Ja, aber ich kann mir Heile runter. Ja. Ich mach das auf jeden Fall nicht nochmal. Richtig. Naja. Aber jetzt weißt du ja, wie es sich anfühlt. Ja, scheiße. Ja. Tut scheiße weh. Ich bin froh, dass ich keine Zähne verloren habe. Tja, das dachte ich zuerst. Hast du gesagt, das ist ein Unfall und hört sich so an? Obwohl, da könnte ich mir so einen schicken Goldzahn machen. Das wäre doch was, oder? Goldzahn? So eine fette Platinreihe. Vorne so Grill, weißt du? Ja. Aber alles voll. Das wäre mega. Grill? Und dann hängst du dir noch eine goldene Uhr um den Hals. Goldene Uhr? Ja. Du musst dann aber auch so cool gehen. So richtig Gangstermäßig musst du dann gehen. Dann nehme ich mir so eine Hose, die aussieht, hätte ich einen Rucksack hätte reingestoppt. Ganz genau. Ja, das ist cool. So was? Nee. Das habe ich noch ins Schlimmer. Nee, nee, nee. Skinny Sex Jeans Blue. Habe ich glaube ich 18 Mal im Lager. Aha. Du brauchst nicht zufällig Klamotten im ganz großen Stil? Nee, nee. Nee. Okay. Ähm. Apropos, wenn ich damit anfange, ne? Mit meiner Idee, die muss ich jetzt endlich mal Ilse erzählen. Ich sehe aber eigentlich Ilse wieder. Sieh nur zu selten. Dann, ähm. Dann bräuchte ich auch, äh, muss ich auch meine, ähm, Leute, die denn arbeiten ja einkleiden. Dann muss ich dich auf jeden Fall mal an Land ziehen, ob du da was hast. Auf jeden Fall. Aber wenn du da was hast. Ist ja ein schöner Pulli, aber warum zeigst du mir den Rücken? Ja, ne der will ja den, ist das ein Wolf? Was? Das wollte er dir zeigen. Ja, ist schick, ne? Mhm. Die Jacke. Hast du den Anzug mal gesehen Ilse, den ich dir blaue, den ich gegeben habe? Ja. Der ist geil, oder? Ja wirklich schick. Der ist mega. Ach guck mal. Ja. Die üblichen Fantastiken. Was? Ja, die fahren hier so öfter vorbei, die hier müssten eigentlich schon... Ja. Wie nennt man das? Mautwitzeln, ja. Sie kennen uns wahrscheinlich von allen mit Namen. Wahrscheinlich, ja. Das kann sein. Ja. Das, äh, was ist das eigentlich da drüben für ein, für ein Wohnding? Was wohnen da so viele Leute? Das ist ein Hotel, oder nicht? Hotel? Ich weiß nicht. Ja, das ist das Genetik-Hotel, oder wie das heißt. Hm. Hä? Also bunt durcheinander gemischt. Ja, ja. Was? Was? Waren die die Straße dicht? Was? Wie machen die Straße dicht? Ist das nicht das Italy da vorne? Nee. Ja, da habe ich gleich noch einen Termin. Ja. Von Tickilala. Das Tickilala ist auf der Straßenseite hier. Auf unserer. Ja, und das Little Italy ist auf der anderen Seite. Was hast du denn für einen Termin beim Little Italy? Das wollte ich dir nämlich gerne erzählen. Ich habe nämlich eine Idee. Weil ich habe beim Bus ja auch nicht weiter gemacht. Ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, weil mir das irgendwie oft nervt, dass ich vielleicht bei einer Fischerei arbeite. Ja. Das anscheinend keine richtige Fischerei gibt. habe ich mir jetzt überlegt, mich selbstständig zu machen. Ja. Ja. Und habe jetzt schon ganz viele Restaurants angefragt und schon mal ganz viel gesammelt, so wer was wie braucht. Hast du den alten Anleger im Nordosten schon gesehen? Im Nordosten? Ich weiß nicht. Du denkst dran, dass du für sowas eine Lizenz vom DOL brauchst. Und die DOL, das ist... Das ist richtig. Darum geht es doch. Die spielen den ganzen Tag Beamtenmikado. Ich... Darum... Ganz genau darum geht es doch. Ich brauche so viel Informationen, dass ich denen so eine Dingsbum schreiben kann. Mhm. Ich habe da auch schon mal was geschrieben. Ja. Da muss man gut vorbereitet sein. Ich habe auch von dem Alex, von dem... Nee, musst du nicht. Äh, von dem Dan... Müsste nicht. Wird eh abgelehnt. Nee, das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Ja, das glaube ich gar nicht. Ich habe schon sehr viele Informationen und sehr viele Informationen. Die sind schon ziemlich arschig da. Ja, die sind super arschig da. Die lehnen dich auch wegen Fehlern ab. Vorm Fehlern, die nicht im Gesetz stehen. Aber ist egal. Ja, du wirst es sehen. Ich werde das mit Sicherheit schaffen. Ja, ne, dann mach das. Na klar. Ja, ja. Auf jeden Fall ziehst du das durch. Ja. Versuchen kostet nichts. Finde super. Kann ich mich eigentlich bei euch im Laden kurz umziehen? Falls ich das Gespräch habe, will ich meine, meine guten Klammern anziehen. So businessmäßig. Oh, business? Naja, also hinten rein darfst du nicht. Definitiv nicht. Weil nämlich der Big Boys da drüben in dem Haus wohnt. Und dass ich mir ein bisschen zeige. Darf ich mich hinter eurem Triesen umziehen? Ja. Komm mit. Ja, das ist super. Warte. Musst du meine Sachen mitnehmen? Ich dachte, du flitzt schon. Wie läuft der? Klein bisschen neugierig bin ich ja, ne? Ja, ich nicht nur die. Aber ich bin simp... Wir können ja gleich ganz heimlich mal an... Das Schlimme ist, wenn ich bekifft bin, dann ziehen mich diese bünden Lichter immer so möglich an. Oh Leute, soll ich euch was erzählen? Das glaubt ihr mir nie. Wie gesagt, gestern ja Überfall, ne? Drei Bewaffnete, riesen Wummen. Wisst ihr, wie viele Cops die geschickt haben? Wie viele? Zwei. So. Jetzt hauert sich ja aus einer guten Quelle von Gericht, da war gleichzeitig ne Gerichtsverhandlung, wo 30 Cops im Saal zugeguckt haben. Ich ne stehe ernst. Und sie schicken zwei. So. Einen Tag vorher, parke ich mein Auto hinterm Pfandlei Haus, steig aus, steht dieser scheiß Helikopter über mir, fahren zwei Bullenkanen ran, vier Cops steigen aus und erzählen mir, ich hab drei Stopp-Schilder überfahren. Tja, da wüsste doch, wo die Ressourcen hingehen. So, komm, Junge. Hallo. Danke. Das ist hier fix in einem Tresen, ja. Hier, ne? Dankeschön. Ja, natürlich. Ich dreh mich auch um. Ach was. Mir geht's nur darum nicht, dass gerade durch Zufall dann von drüben der Big Boss da rauskommt und er sieht, dass ich dich da hinten reinlassen. Ja? Ich hab gerade erst nicht die Halssäulen gekriegt. Oha, das ist auch geil. Ja. So. 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 Für Zubinden. Super. So, Kragen richten. Was hast du? Schick, schick. Ja. Hab ich schon drei Dinge, die ich so anziehen kann. Also drei Outfits sag ich mal. Das sieht wirklich zauberhaft aus. Müsst du nur aufpassen mit den Schuhen, darfst du nicht in den Schlamm leutschen. Nee, aber die sind auch noch ganz frisch. Ich hab letztens eine gute Truppe an Leuten gehabt, die mir geholfen haben. Zum Beispiel auch Milla und Griffin waren dabei, die ja beim Kartbahn angefangen hatten. Ja. Genau, die waren zum Beispiel auch dabei und die Wiley war dabei. Ja. Ja. War ganz angenehm. Ja, ne. Ja. Und die Idee halt mit der Fischerei, da hab ich so viele Ideen und ich hab so viel Informations bekommen. Ja, mach das auf jeden Fall. Vielleicht sind die ja jetzt nicht mehr so angepisst. Am Anfang waren die vielleicht auch ein bisschen überfordert. Ja, mir wurde auch erzählt, warum die nicht die Großen. Die geben erst eine kleine, kleine Lizenz raus. Und wenn du eine kleine Lizenz hast, kriegst du schnell eine große danach. Das heißt, man soll klein anfangen. Ja. Und darum geht's. Und ich brauch ein Co-CEO, wurde mir erzielt. So jemanden, der das denn weitermachen würde, wenn man selbst mal umkommt oder mal sagt, man muss mal länger im Urlaub sein oder so. Genau. Na ja, mach das auf jeden Fall. Ja, muss ich noch ein bisschen gucken. Ich weiß noch nicht, wer Co-CEO wird. Ich weiß nicht, wer Bock hat, mit sowas zu arbeiten. Das ist halt mein größtes Problembrauch. Mit Fischen? Nee, mit Männchen. Ach so. Das ist ja fast dasselbe. Ja, riechen beide gleich, ne? Eben, nur die Fische sind ein bisschen stiller. Aber beide blubbern rum. Richtig. So. Ich bin neugierig. Schnieke siehst du aus. Danke. Eventuell willst du ehrliche Kritik hören? Ja, jetzt komm's. Ich würde sagen, das Beige von der Hose ist ein Tick zu hell, so zum Gesamtlook. Aber auf der anderen Seite ist es auch dein Style. Also musst du wissen. Ja, aber ich hatte drei Leute, die mir dabei geholfen haben. Warst du beim Aphrodonis oder wie? Ja. Nee. Ich kaufe mir doch keine ultratreien Klamotten. Das soll nun gut aussehen. Ich würde eine Fischerei oft machen. Also du willst jetzt zum Nittl-Italy gehen und gucken, ob du dein Gespräch führen kannst, ja? Nee, der will mich anrufen. Ach so. Max, lass dort mal langsam vorbeifahren. Ich bin furchtbar neig, Josh. Ja, machen wir. Ich auch. Wir fahren jetzt langsam dort vorbei. Wollen wir alle zu viert im Auto vorbeifahren? Na, ist das nicht... Ganz langsam? Ganz langsam. Kann man auch machen. Mir ist das egal. Ich fahr mal nach vorne. Ich guck, ob mein Auto abgeschlossen ist. Ich bring mal kurz meine Klamotten wieder ins Auto. Kann mal jemand den Zeitbefehl machen, bitte? Jetzt stehen da schon zwei. Das heißt, da müssen auf jeden Fall sechs Leute mit Knarren sein. Es ist eine Schande. Ganz ehrlich. Hocken alle im Gerichtssaal und gucken blöde zu. Ja, aber Henna erzählt öfter so Sachen. Also die arbeitet ja für den Henker. Ach so, ja. Und da geht dir der Hut hoch, wenn du das hörst. Ja, also der Henker macht ja auch die Weglis Gold, ne? Ich mein, ganz Unrecht kann er nicht haben. Nee, der Henker ist ein Vollidiot, ne? Also das ist ein wirklicher Idiot. Aber ein Top-Anwalt. Ein Top-Anwalt. Und der weiß auch so ein bisschen, wovon er redet. Der ist nur ein bisschen Malle in der Birne. Tja. Aber warum wissen denn 30 Polizisten bei einem Gerichtsverfahren zugucken? Ja, weil das gegen einen Bullen ging, natürlich. Ach so, ja. Ist, glaube ich, freigesprochen worden oder so. Ah. So. Ich steh. Äh, warte, 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 warte. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Max, es ist, glaube ich, besser, wenn du stehen bleibst. Warte, ich lass das lieber. Macht ihr das mal. Hä? Ich hab einen Mittelfingerkrampf, ich muss mal kurz wiederholen. Aggressive Grundeinstellung der Typ. Weiterfahren oder warten? Ja, halt, hör mal. Na, warte mal, vielleicht kriegt er sich ja beruhigt. Ja. Ne, das ist ein Reflex, ich bleib hier. Fahr ruhig mit. Das wird bestimmt gut. Weißt du, die sehen das? Ich finde, er sollte mitfahren. Ja. Nur wäschen sie im Krampf. Na ja, gut. Fahr einfach. Ich meine, kann er sich noch so erklären. Ja eben, wenn man einen Krampf hat, hat man einen Krampf noch. Wir stehen quer auf der Straße. Können wir lang sehen? Das ist das Little Italy. Äh. Ach. Das ist eine Beistelle. Ja, warum ist der Polizei bei? Weiß ich nicht, vielleicht suchen die was in den Abwasserkanälen. Nicht, dass ich jetzt zu langsam gefahren bin, dass sie dachten, wir gucken. Ne, wir haben ja zum Glück nicht geguckt. Ne, ach was. Du fährst halt immer so, ne? Ja, du fährst halt vor sich, weil ich auch ängstlich bin. Ja. Ja. Bist du weiterfallen, oder? Weiß ich wohin denn? Ja, wird er hoch zur Wascherei, oder nicht? Hä? Tut jetzt die Polizei eine Wasch-, äh, eine Bauarbeiterlinse absichern was? Und wenn ein Überfall ist, kommen sie nicht? Das Lick hat er gerade erzählt, da waren eine Wasch hier an der Beine, zwei Polizisten. Ja, ja. Wo willst du hin? Ach so, hier dann. Oh Gott. Das und das war der Polizei was, ne? Max, also. Wir haben gerade etwas probiert. Hat man kaum gemerkt. Fahr mal lieber hier rein. Wo ist denn der Schlick jetzt hin? Ach so, der ist auch eine Runde gefahren, oder was? Ja. Ja, bleib ruhig stehen. Ist nicht der Ernst. Ach nee. Die City sichern lieber Ballstellen ab, als zu überfällen zu gehen. Ja. Echt jetzt mal, ne? Sie machen da irgendwie so ein Loch im Boden fertig? Ja. Haben echt nichts zu tun. Ja. Infassbar. Schub mal den vom Little Italy an. Ich will mal wissen... Was da los ist, frag mal. Du stammst davor und... Du treibst dich nicht ran, weil das auf der Polizei ist. Ich guck mal, ob ich ne Mail vom Schalom hab. Ei, 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 ei. Ach he. Ich dachte erst... Ich hab gar nicht gesehen, dass Bauarbeiter da sind. Ich dachte erst, das sind Geiseln, die so, so, so mink liegen. Ich hab auch schon gedacht, da ließen erst irgendwelche töten. Dachte ich jetzt auch. Oh, ach. Ja, moin. Ei, 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 ei. Nee, noch nix. Tja. Max, wenn sie anfangen, hier die Straße aufzuruppen, wissen wir auch, wenn die Polizei da ist. Ja. Das ist ne Kontrolle, die kontrollieren da einfach. Ist nicht der Ernst. Ja, der wohl gerade kontrolliert. So, Ordnungsamt, ob der Fisch frisch ist, oder was machen die? Das weiß ich nicht. Aber ich soll jetzt rüber gehen. Alles klar, viel Erfolg. Ja, viel Erfolg, Junge. Du Rock, du Rock, geil. Hast du Jains in der Tasche? Weil die Polizei wiederkommt. Was? Kannst du es mir geben? Tschö. Fertig. Tschau. Oh mein. Tja, das kann man natürlich auch mal machen, na. Was mach ich jetzt noch mit dem angebrochenen Abend? Wie wärs mit dich? Alles ruhig. Binnen liegen Kamillentee. Kamillentee, hm? Kamillentee, hm? Kamillentee. Nee. Warte mal ganz kurz. Ja. Willst du zurück zum Bier? Ja, ich würd sagen dann, oder? Ich weiß gar nicht wie spät es ist jetzt. Wir haben es halb elf. Auch schon wieder. Ja. Ja. Gute Idee mit dem Kamillentee. Ja. Das ist ein Hopfentee. Ja. Das ist auch biologisch. Das ist richtig, ja. Na gut, wir fahren wieder zum Bier runter. Macht das mal viel Spaß. Vielleicht hau ich mich wirklich aufs Ohr. Ja. Erhol dich gut. Gute Besserung, ja. Wenn du ein Taxi oder schon was brauchst vom Krankenhaus, sagst du Bescheid. Zum Krankenhaus? Nee, vom Krankenhaus. Ach so. Alles gut, alles gut. Krieg ich hin. Alles gut. Danke euch. Schönen Abend noch. Ja, dir Abend. Machs gut. Habe ich die Tür zugeschlossen? Habe ich die Tür zugeschlossen? Hm, gerade unsicher habe ich die Tür zugeschlossen. Habe ich guckt lieber noch mal. Ach was, die kontrollieren jetzt dort oder was? Ja, habe ich. Ich muss mal kurz so tun, als würde ich hier noch mit dir reden, weil die Brüllen schon wieder umdrehen. Ja, ja. Meine Fresse, ich gehe mir auf die Zeige. Unfassbar. Mal kurz checken, was die machen, ja? Mhm. Gut. Wenn ich mich wahrscheinlich mit dem Bier gesehen habe. Ich denke, die sind so fasziniert vom Little Italy. Hast du auch wieder recht. Gut, dann fahre ich mal. Machs gut. Jo, machs gut. Wie das für eine, also, ihr müsst das jetzt mal, aus Kopsicht macht das Ganze bestimmt Sinn, was sie da tun. Aber aus Zivis Sicht ist das ja totaler Quatsch. Was war das denn jetzt? Ne, ich weiß es auch nicht. Vorhin kamen die schon von links, haben einmal gedreht, da hinten angehalten, dann reden sie nochmal. Ich dachte jetzt, die wollen uns kontrollieren. Ja, ich dachte jetzt auch, soweit ich hier so stehe. Ja. So, erst bin ich auch extra nicht eingestiegen. Ich dachte, naja, wenn die dich jetzt kontrollieren wollen, oder was? Ja, dann kennst du mich nicht, ne? Ne, ich dachte, wenn die uns jetzt vielleicht, wisst du, dann brauchst du schon nicht erst einsteigen und dann wieder auszusteigen. Na, hättest du ja auch den Polnischen machen können. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt einfach, ich hätte jetzt wegrennen müssen. Was denkst du, was die gemacht hätten? Hm. Aber komisch ist das schon, ganz ehrlich, da ist ein bisschen Bauarbeiten davor, oder suchen die, ob dir was in der Abwässerkanäle versteckt ist. Weiß ich nicht. Kann man da was vorstellen? Ich hab doch keine Ahnung. Vielleicht, wenn du siehst, lohren, dann spielst du was auf Fahrrad. Komische Aktion. Alles Machtdemonstration von denen. Also, ich find's ehrlich ganz komisch. Und was der Slick jetzt sagte, das schicken die zwei Wachtmeister für einen Überfall mit bewaffneten Personen, weil 30 Polizisten in einem Gerichtssaal rumsitzen müssen. Was? Was sind das für ein Quatsch? Ja. Und der Slick sagt ja, jetzt hätte es noch schlimmer werden können. Jaja. Das ist mir ein Rätsel. Und auch das jetzt stellen sie sich so schräg davor, dass du denkst, sie wollen dich kontrollieren. Ich dachte jetzt auch, die wollten zu mir. Und dann fahren sie einfach weiter ohne zu grießen. Proteste gegen die Polizei müssen viel lauter werden. Ja, und gegen Bornsteine erst. Was willst du damit sagen, Helse? Nichts. Alles gut. Du stolperst gleich sogar über welche. Wir könnten ja das Auto zuhause stehen lassen. Willst du nicht erstmal Helmut anrufen, ob er überhaupt noch da ist? Wir können doch noch ein Ründel spazieren gehen oder nicht. Da kann ich noch ein Kiffi. Jetzt sind sie alle... Was ist doch gar nicht mehr? Hä? Natürlich habe ich noch 20 Stück. Ja. Ich meinte sie jetzt bei dir in der Tasche. Ja, in der Tasche nicht. Nein. Die Nina geht nicht mehr ans Telefon. Dann hat sie wahrscheinlich auch hingelegt. Ja. 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 Das war ja gerade echt komisch. Das war wirklich seltsam. Hast du denn gesehen, dass dieser Streifenwagen erst auf der anderen Straßenseite angehalten ist? Ja, ja, das habe ich auch gesehen, deswegen kam ja der Slick nochmal zu mir, weil er dachte schon, die hätten gesehen, dass er ein Bier getrunken hat. Und dann halten die so, als hätten sie dich kontrollieren wollen, aber fahren dann weiter. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, die sind ja erst, die fahren ja auf, sag ich mal, auf der linken Spur. Ja. Und dann gehen sie auf die rechte. Und dann auch, wir fahren doch weiter. Ja, ne, also... Da wohnen wir uns. Ne, sag du hast. Du kannst dagegen ja nichts machen, weißt du? Ja, das ist wohl wahr. Ja, und wie gibt man dann wohl mehr recht? Seltsam. Alles klar, mein Junge. Ja, ja. Vielen Dank.